so jungs aber zuerst mal rewards rivals ich glaube gold 3 bin ich gekommen jungs was sagt ihr selten spieler packs oder selten oder 35k ich hoffe wir ziehen was geil ist ich bin mal entspannt 250k sets alter für lau fürs nicht spielen ist schon okay also wir haben erstmal zwei player picks schreibt mal rein links oder rechts zuerst schreibt mal rein ok jeder schreibt rechts jungs jeder schreibt einfach rechts dann machen wir rechts auf ödegard machen einfach mal auf ohne viel rumzuschnacken ödegard und fischer man kennt in den packs mit genauso viel schmutz sein warum sind die packs immer so reudig was haben wir haben woher selten spieler pack haben sogar drei stück wie man erstmal seltene gold pack dann mega pack und dann alle seltenen spieler position soll er kommen enttäuscht mich nicht okay dass die nix kommt war eigentlich so gut wie klar höre ich sie dann aus den 20 aus den zweiten 50k pack wäre geil wäre geil wäre geil aber ganz ehrlich ich gehe nicht nur so hoch als mir reicht auch ein spieler den stand spielen könnte oder irgendwas geiles erst besitzer der mir hilft bei den aufgaben wie gesagt wir haben nur bis gold 3 gespielt von daher alles sie sie habe ich mir auch gedacht so seltene spieler pack machen wir am ende auf jetzt erstmal die zwei megapacks da könnte eigentlich so ja früher sagen da können etwas drin sein so ein mega set und dann 3 50k packs jungs 3 aber guck mal wie reudig das schon war bis hierhin alter guck mal wie reudig allein schon diese packs waren engine ok ein vertrags pack jungs links rechts oder mitte schreibt mal rein so goldene mitte habt ihr geschrieben also rojan und david goldene mitte sieht schon mal gut aus schade oh torwart bundesliga torwart glaschi glaschi ok 85 nimmt man mit so jetzt mache ich einfach mal von links nach rechts auf moin goes was geht ab grüß dich so ea der ist auch gut ea inform walkout come on england was ist da drin der lehli antritt der lehli nein nein antritt der lehli oh mein gott einbauen oder nicht shit screen der lehli wäre natürlich sehr sehr lecker gewesen scheiße auf jeden fall ja nick geht auf jeden fall klar in form walkout und donnarumma noch dahinter so jungs letztes 50k pack wünscht mir glück baran kommt gleich also gleich gibt es noch eigenen pack von baran der ist auch gut oder der ist gut der ist gut auch kein walkout shit messi i might fall in love with my travels i can't trust you okay can you really dress you